Die Zeit ist frei! Jetzt kommt Bewegung ins Spiel mit Disney Junior. Das ist wirklich eine nette und freundliche Idee. Diesmal bewegen wir uns mit der Garde der Löwen. Beschützer des geweihten Landes. In der Serie springt Kion Garn. Könnt ihr springen wie ein Löwe? Großartig! Das ist toll! Springt, springt, springt! Wie ein Löwe. Gut gemacht! Fuli, die Gepardin, ist die schnellste im geweihten Land. Könnt ihr rennen wie ein Gepard? Lauft auf der Stelle so schnell ihr könnt! Gut so! Macht weiter! In der Serie purzelt Banga gern über die Wiese. Könnt ihr auch Purzelbäume machen wie Banga? Gut so! Achtet darauf, dass ihr einen weichen Boden und viel Platz habt. Super! In der Serie schwebt Ono gern durch die Lüfte. Könnt ihr schweben wie Ono? Das ist toll! Streckt die Arme aus und schwebt durch die Lüfte. Super! Banga und seine Freunde marschieren gern durch das geweihte Land. Versucht mal zu marschieren wie die Garde der Löwen. Gut so! Hebt die Arme und Beine an. Haha! Das ist toll! Wahnsinn! Noch mehr Spaß mit der Garde der Löwen gibt's auf Disney Junior. that you are! Jornal